hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren video zum letzten video von mir dieses jahr aus und zwar habe ich mir schon mal gedacht da wir dieses jahr so kaum fast wirklich gar kein micro verbracht haben bringe ich jetzt noch mal als allerletzte aufnahme von mir minecraft es könnte kommen es können immer vorne kommen das aber nicht auf dem youtube kanal sondern auf meinem twitch kanal könnten immer fortgeschrieben werden das könnte sein aber das hier jetzt ist die letzte aufnahme dieses jahres zwar die letzte aufnahme sagen wir es so und zwar einfach mal machen einfach aus dem grund weil minecraft gibt es also mein bett muss nehmen contest gibt es gar nicht mehr so oft muss man sagen auf youtube und deswegen wollte es einfach noch mal hier in der runde bett was raushauen wir haben ich habe das letzte mal badwars gespielt vor was weiß ich schon länger ich bin ein normales badwars oder kann er noch ein videos und er hat gold der macht jetzt absolut der gold spiele ich habe auf jeden fall spiel nicht mehr weg zu minecraft deswegen könnte es sein dass ich ein bisschen viel schlechter geworden bin ok so und versuche ich einfach mal hier und zu gewinnen wenn ich das auch nicht schlimm ja so und keine ahnung ich weiß was ich machen soll das sind jetzt sitzen eisenspieler das ist auch nicht so schön ja mehrere base absen zugebaut der auf den start ist mal eben mit den das könnte ein bisschen nervig werden oh mein gott wie soll ich da hochkommen meine fröße so ok immer nur ein bisschen was davon ist das mein teammate das spiel damals habe ich nicht mit eisen spiel leute aber da war ich schon besser als das jetzt hier kann man die kommentare schreiben und nächstes jahr wieder mein kopf sehen wollte oder nicht also mein bett muss weil alle glaube ich wird was die gewisse sind gequittet so ich ja damals auch und vielleicht wenn ihr mal wieder mein kopf sehen wollt dann ist das so ein team zu kriegen line baxter hast du auch Freunde das ist der geld auf dieser opa von ihnen ich habe es gehört dass dieser mister mit jüster diese kunden ich bin da komplett mit oben das ist absolut nervig man war das gar nicht damals gewohnt dass sie so meine erste runde heute ich habe keine ahnung richtig aus spielt halt so ein bogen hat halt aber ja gut er ist halt alleine aber oh mein gott er geht mir bitte also wenn die gleiche schnitt kommt oder sowas hat er uns bis zum geht ich will nicht nun wieder zu den nächsten runde auch wieder auf der gleichen app time ich würde mal sagen wir hauen jetzt mal nur raus okay okay wir versuchen jetzt mal butterfly oh mein gott oh mein gott no shit damals war das bisschen einfacher sagen oh no 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 äh keine Ahnung haben wir wo die Sprengen so oh Gott let's go so also also Minecraft generell ja ist ja ein bisschen aus der Zeit muss man sagen auf YouTube auch nur noch Mods-Projekte also so Bad Wars oder sonstiges äh Skywars ist ja nicht mehr wirklich äh spielt fast keiner mehr muss man sagen auf Comments z.B. auch auf Comments merkt man das richtig 4.000 Spieler nur noch mal die hatten damals immer 10.000 oder sowas aparte Mist warte sowas verlieren okay wir sehen das wenig ist einfach das ja die aufnahme ist als die einzige aufnahme jetzt von mir die noch kommen natürlich für den shop oder sowas natürlich das kommt jedes mal außer es könnte sogar sein dass es an silvester nicht kommt wir sind uns da nicht ganz sicher weil wir sind ja sehr lange draußen und dann aber nachbarn vertreten und sowas deswegen ist es dann nicht so einfach den shop aufzunehmen und ich würde sagen auch noch dass die minecraft videos also dieses video kommt ja und der gleich kann auch sachen bringen oder es kommt noch was mit mir unter gleich sondern es ist einfach nur die aufnahme alleine mit mir also wo ich ein video ganz alleine aufnehmen und heute wo ihr es auch seht ist silvester also eine 31 12 und ja ich würde sagen am ende des videos zähle ich jetzt noch mal von zehn runter und dann könnte ich das kurz vor zwölf anschalten wenn man schluss von euch machen wenn manche sagen okay sie wollen kein feuerwerk haben oder sie machen kein feuerwerk wie immer gibt es ja auch dann ein video angucken wollen dann könnt ihr mit diesem countdown ins neue jahr feiern ich zähle von zehn runter und dann könnt ihr kurz vor zwölf an machen und dann habt ihr quasi ins neue jahr gefeiert okay so wie immer hochpushen immer hochpushen können auch noch damals so tot So, ich brauche eine Picke. Aber du bekommst, nice. So, ähm, ja. Ihr könnt mir mal bei der Weihung in die Kommentare schreiben, ob ihr überhaupt noch Minecraft spielt. Also generell Minecraft ist jetzt... Ja. Ja, okay, Minecraft ist jetzt nicht wirklich beliebt bei den Leuten, sei das so. Aber ganz damals, vor sechs Monaten oder sowas, kam mal ein Skywars-Video von mir, was ich damals gemacht habe, sehr gut an. Und ich wollte dafür fragen, ob ihr das, ob ihr generell noch Minecraft spielt oder auf... Wenn ihr Minecraft spielt, ob ihr auch aufs Server spielt oder mit Mods spielt. Ich habe ja damals, das wissen viele Leute nicht, bevor wir mit YouTube angefangen haben. Das war 2016, da haben wir mit YouTube angefangen. 2015, 2014... 2013 habe ich angefangen... Ne, sogar, das war noch früher. Das war damals, habe ich noch ein YouTuber geguckt. Ähm, ich könnte das einfach sagen. Bekob habe ich damals geguckt. Und gucke ich auch heute manchmal auch. Und mit dem, also bei dem, ich habe da so unfassbar viel geguckt. Und, ja, also... Und der hat auch mal mit Mods gespielt und da habe ich gedacht, okay, ich lade mir einfach auch mal Mods runter. Das war wirklich 2012, weil es noch... Ne, sechs Jahre! Sechs Jahre her! Da war hier auf YouTube, war da nicht so high-quality-Zeug und sowas. Und dann musste man noch auf, was weiß ich was, das war, 480p oder 360p gucken. Und das war generell ziemlich komisch. Aber ich konnte halt auch nicht auf Multiplayer-Mords spielen. Also auf Multiplayer-Servern einfach so, weil ich nicht gut war. Und... Was? Ich will kein Eisenszeug. Wann mal, warum? Ich will kein Eisenszeug. Hä? Was? Ne, das will ich ja nicht gar nicht haben. Das will ich ja nicht haben. Wir können heute später. So, ähm, ja. Wie Minecraft-Community, die kann man nur so bad sein. Mein Gott! Was war das denn? Okay. Auf jeden Fall, Leute. Wie schon gesagt. Oh, äh. Achso. Ihr könnt einfach das Video kurz vor 12 anschalten, wenn ihr nicht, weil ihr keinen Bock habt mit, keine Ahnung, wem, Silvester zu feiern. Aber ich glaube eh nicht, dass jemand das macht. Kein Silvester feiern. Oh Gott, das ist so ein... Den Typ, alter. Der Typ ist ein richtiger... Und, ja. So, äh. Es ist ziemlich nervig, gegen solche Leute zu spielen. Ehre genommen. Ey, du bist so schlecht. Bist so bad. Ich spiele halt auch kein Minecraft-Zeit. Ist einfach so. Meine Güte. Das kenne ich noch davon, damals, die Minecraft-Community. So salty ist eigentlich fast gar keine Community damals gewesen. Wirklich ohne... Ich weiß, das ist einfach krass. Oh mein Gott, ernsthaft. Der Typ mit kleinen Range drin oder sowas. Kommt mir irgendwie nämlich so vor. Der Typ halt... Ey, der spielt halt absolut mit Eisen, weil mein Teammate mit Eisen spielt. Gott. Wollen wir uns das jetzt auch machen. Ne, weil hier mal Eisen rein. Eigentlich generell, ich spiele nicht mit Eisen, Leute. Wirklich nicht. Kann da nicht so einer. Ich stehe mal ein Koppel mit Eisen. Jetzt erst mal. Und ja. Mit der Sicht ist es Gold. Okay. So, auf jeden Fall, würde ich mal so sagen, dass ihr... Was... Freut ihr euch auf 2019? Oder sagt ihr auch schon wieder ein Jahr vorbei? Ich sag's, auch, es ist schon wieder ein Jahr vorbei. Einmal jahre zur Zeit gehen so unfassbar schnell vorbei. Und... Äh... Ich verstehe aber nicht warum. Auf einmal so schnell. Ich hab keine Ahnung. 2000... Ich weiß mal, 2012 oder sowas. Ging noch total langsam vorbei. Der Rest ist einfach... Können ja auch mal in die Kommentare schreiben. Böller, die oder... Keine Ahnung. Es gibt ja immer alter Stufen bei Böller. Dürft ihr überhaupt... Welche Böller dürft ihr überhaupt machen? Oh Gott. Der Typ. Dieser salty Typ. Ja, der Typ ist mega salty. Ja, der Typ nervt mich auch mega. Mit seiner... Oh, mit seiner Leiter, Alter. Was ist denn das für einer? So. Oh mein Gott, der Typ. Jetzt kommt gleich wieder Ehre genommen. Also gerade... Okay, nee. Okay, wir sehen uns nochmal in der allerletzten Runde dieses Jahres. Wir sind in der letzten Runde des Jahres, Leute. Letzte Runde des Jahres. Danach wird nochmal von 10 runtergezählt. Und ja. Dann ist das Jahr vorbei. Würde ich mal so behaupten. Oh mein Gott. Leute, und auch noch eine Sache. Es könnte sein, dass ein Best-Off-Stream kommt, aber ich weiß es nicht. Ich nehme das nämlich nicht an Silvester auf. Ich frage es jetzt einfach mal so. Boah. Einfach so gut, weil ich mir keinen Stress machen möchte. An Silvester dann noch zu gucken, wie... Was wo anders funktioniert. Was weiß ich. Ähm, aber... Ja, und übrigens, Leute. Denkt... Immer erst daran, an Silvester nicht immer nur vor YouTube hocken. Keine Ahnung. Also, ich freue mich immer, wenn ihr meine Videos schaut. Aber auch immer, auch immer dran denken, dann zu der Familie gehen, was weiß ich. Keine Ahnung. Und was machen wir? Ich bin auch nicht an YouTube, bei YouTube vertreten an Silvester. Oh, und das ist mein Thema immer noch nicht. Wie macht man das, dass die Hitboxen und Rainbows leuchten? Keine Ahnung. Ja, keine Ahnung. Perfekt, zum Pickenholz. Ich denke, ich guck mal, ob die Leute mich als Hacker beurteilen. Ich denke, ich glaube, dass ich noch ein wenig... Ich glaube, es hat dich auf meine Hacker beurteilen. Ich denke, ich möchte. Ich danke, ich danke, was gute. Tschüss. 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 passt ist am start auto klicke ist am start wir sehen uns So Let's go Okay, so Dann würde ich sagen Zehn Neun Acht Sieben Sechs Fünf Vier Drei Zwei Eins Frohes Neues 2019 ist da Also an alle Leute, die jetzt um kurz vor zwölf eingestellt haben Frohes Frohes Fest Und ja Wird's euch gefallen haben, dann wünsche ich mir bei der Kanal-Motor-Forn Bis dann rein und tschüss Tschüss Und das ist ein Schnelles Und das ist ein Schnelles 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 Das ist ein Schnelles Vielen Dank. Vielen Dank.